Natürlich beschäftigt jeden erstmal der Blick auf Dresden und jeder hat da seinen ganz eigenen. Für die Union ist der Verlierer des Abends die rot-rot-grüne Kandidatin, für alle anderen der CDU-Mann Ulbich. Für die Linken ist der nunmehr untragbar. Ich weiß nicht, ob der Ministerpräsident sich einen Gefallen tut, indem er ja schon gestern auch durch seinen Generalsekretär verkünden lässt, dass er die Lehm-Dack-Ulbich weiterhin in seinem Kabinett lässt. Das tut der inneren Sicherheit nicht gut. Das wäre eigentlich die Konsequenz auch aus dem gestrigen Wahlergebnis, dass er nicht nur als Kandidat jetzt zurücktritt, sondern auch als Innenminister sein Amt zur Verfügung stellt. Die Union hält an Ulbich fest und plötzlich dann doch den FDP-Mann Hilbert für den geeigneten Kandidaten. Mit Eva-Maria Stange riskiere man Chaos und Streit in der Stadt, verkündet der CDU-Generalsekretär und verblüfft so den Koalitionspartner. Ich habe den Eindruck, dass die CDU an der Stelle versucht, von dem Ergebnis auch abzulenken. Ich gebe zu, die Tonlage überrascht ein bisschen in ihrer Härte. Immerhin geht es hier auch um eine Kabinettskollegin, die sich wirklich einen Namen gemacht hat, die akzeptiert und respektiert ist. Die Zusammenarbeit von CDU und SPD auf Landesebene wird durch Angriffe wie den folgenden wohl kaum harmonischer. Wenn man dieser Schleimspur, die da die Linkspartei ausgelegt hat, folgt, dass man da ausrutscht und sich eine Beule holt, das ist, glaube ich, ziemlich deutlich geworden. Soll heißen Rot-Rot-Grüne Bündnisse seien überall gescheitert, meint die Union. Und beschwört eine eigene Stärke in der Fläche, die sehen andere brückeln. Dresden, Zwickau, Freiberg, Bautzen, Zittau. Die Wahl hat die Schwäche der CDU in den großen und mittleren Städten Sachsens, denke ich, deutlich gemacht. Kurzum, jeder gewinnt und verliert, besorgte Einigkeit nur beim Blick auf das Dresdner Pegida-Ergebnis. Dass 10 Prozent sehr viel ist, ist auch klar. Auf der anderen Seite heißt es wiederum, 90 Prozent haben eine andere Meinung. Die insgesamt zufriedene AfD interessiert sich sehr für die 10 Pegida-Prozent. Wir werden auf alle Fälle, sowohl als auch, also wenn sie außerparlamentarisch bleiben, als auch wenn sie eine Partei gründen, mit Pegida versuchen in einem Gespräch zu bleiben und zu gucken, wo wir uns gegenseitig befruchten können. Jetzt wird die AfD wohl aber erstmal das konservative Lager befruchten. Man wird es vermutlich auf Hilbert setzen im zweiten Wahlgang. Motto Hauptsache Rot-Rot-Grün in Dresden verhindern.